Ja, dann zupft euch das Vieh, was da in dem Gehege ist. Boah, was ist denn da los? Ein Haus am See. Oh, da ist ein Zombie drinnen. Ach, ich hab gedacht, das wäre der Yumi. Wo ist ein Zombie jetzt denn? Weggelaufen. Ich hab vorhin das Fleisch weggebracht und hab schon wieder 46 einstecken. Cass, guck mal hier. Cass, wohnt er denn? Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Oh, ich bin hier runtergefallen, verdammt. Oh, 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 oh. Nein, Gold, hab grad so schon spannend gemacht. Was denn jetzt? Moonmeer! Ach Gott, die ganzen Zombies sind ja schon gedespawnt. Biam, bam, 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 bam. Biaatsch! Ey, drei Kugeln für ein Zombie, ne? Siehst du das, Cass, hier? Ja, das bin ich. Siehst, das muss doch gehen hier mit dem bisschen Zaun. Achtung hinter dir! Wow! Mit dem bisschen Zaun hier an der Brücke da. Ein Schalldämpfer auf der Waffe? Nein. Ich bin hier. Ich bin hier. Tschüss! Ich bin hier. Der PAL –ân ist nicht in der Geburtstab. Wir kommen zum Teil des Wachstums. Ich bin hier. Ich bin hier. Und die Zinnen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey, schatzi. No, aber wie? Welches, das Weiße. KESS! Nachladen! Hätten wir wieder ein Clown in Schnee geschossen. Ich war das. Das ist passiert halt. Häbe ich. Häbe ich. Lachen! Ey, hab ich gar nichts gemacht. Aua. Oh. Das Gehege ist ja schon weg. Ey, Kollege. Das Gehege. nicht doch und stirbt mir alle immer warum macht ihr so was Eine Sniper, eine Pumpgun, ein Zaun, mit 10 Zünder sind... Hoppala. Hey. Schauen. Oh, nur noch 10, ne, Juga Dingens.